jo friends was geht auf welches ich komme zu einem neuen reaction video hier auf meinem kanal und ich weiß nicht was ich verpasst habe aber akaya und luhr haben was zusammen gedroppt und ich habe es absolut komplett verplant und komplett nicht gerafft aber da sind wir jetzt bei nur du von akaya und luhr kam heute raus ich würd sagen wir starten den durch evin boah warte mal ey direkt in die playlist rein oh evin earth du hast mich verletzt wie oft soll ich dir nur sagen dass das mit uns nicht mehr ist du hast mich ausgenutzt mein herz gekillt ich schwör du checkst es nicht du tust mir wie es dir egal wenn ich in deinem schatten bin es nicht real du ignores meine gefühle hat kein sinn wie oft soll ich dir das nur sagen dass das mit uns nicht mehr hält weil du tust mir nur noch weh tust mir nur noch weh wie oft soll ich warte ja warte mal äh äh ich muss noch mal muss noch mal anfangen ho ooooh 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 du hast mich verletzt ooooh oooo TeilEN ooooh ooooh Wie oft soll ich dir nur sagen dass das mit uns nicht mehr ist Du hast mich ausgenutzt, mein Herz gekillt, ich schwör, du checkst das nicht Du tust mir weh, ist dir egal, wenn ich in deinem Schatten bin Ist nicht real, du ignorierst meine Gefühle, hab keinen Sinn Wie auszahl ich dir das nur sagen, dass das mit uns nicht mehr endet Weil du tust mir nur noch weh, tust mir nur noch weh Wie aus soll ich dir nur noch Lieder schreiben Auch wenn sie dir ankommt Ich bin ehrlich, ich hab keine Frage, was ich sagen soll Engelsreiche stimmen einfach, ehrlich Kann man nix anderes zu sagen Holy Moly Macaroni Ja, aber klingt geil, ehrlich Alleine diese Kombi, wir hatten diese Kombi jetzt, ich glaub, bei zwei Liedern Beziehungsweise, das ist, glaub ich, das zweite Lied, ne Äh, nur mit dir War ja auch In dieser Kombination von Akaya und Lua Und der Track lag ja auch absolut geil Und jetzt haben wir wieder Zwei Engels gleiche Stimmen Auf einem Song vereint Läger Ich hab keinen Plan, was ich sagen soll, sag ich ehrlich Ups, falscher Knopf Ich hab grad aus Versehen, äh, Desktop-Audio weggemacht Ups Auch wenn sie nie ankommen Obwohl ich sie versiege mit meinen Tränen Zeit So war ich Okay Okay Dass du mich für immer liest Das war alles nur gelogen Als mein Herz niemals verdient Ich hör deine Stimme immer noch in mein Kopf Als wärst du noch bei mir Wie soll ich dir noch Lieder schreiben? Auch wenn sie dir ankommen Obwohl ich sie versiege mit meinen Tränen Geist, das ist grad geil Absolut geil Diese Kombination von den beiden mit deren Stimmen Das ist einfach Ach, Digga, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll Ich feier's komplett Ich feier's komplett Also da Brauche ich, glaube ich, gar nichts zu sagen Sei ich ehrlich Absolut geiles Ding Kann man nicht anders sagen Ey Geisteskrank Geisteskranke Stimmen auf jeden Fall Jedes Mal wieder Jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich einen von den beiden Hör, was die Musik angeht Sei es jetzt Akaya, sei es Lua Gänsehaut Wie meinen ganzen Körper Aber geiles Ding Leute, wenn's euch gefallen hat Lasst ein leckeres Abo da Schaut ihr die Videobeschreibung Da ist der Song verlinkt So wie, äh, alle Sachen Akaya Sollten dann mittlerweile jetzt drin sein Und Ja Leute Wenn ich dran denke Hau ich auch, äh, Instagram von Lua rein Wenn ich dran denk Wenn nicht, dann trage ich's noch nach In den Kommentaren oder so Keine Ahnung Auf jeden Fall Leute Ich sag'n Peace out Und haut rein bis zum nächsten Mal Bis denn Tschüssi 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 Tschüssi